Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone mit mir, Ding Jan. Jetzt rede ich hier mit Taka. Weißt du wo? Ja, weiß ich. Finde den Mistkerl und töte ihn. Er hat eine Taschenuhr. Sie geht noch. Bring sie mir. Wheeler. Okay. Wo befindet er sich? Warte, da oben. Hätte ich die doch mal vorher in der letzten Folge schon angenommen. Hey, Deacon, oder? Hey, Zanny. Okay. Und wieder dahin fahren. Ich mach dir auf. Ah, hab ich schon wieder vergessen, wie doof diese Bremsen hier sind. Frage ist, sind die Plünderer da noch? Was ist, äh? Ja. Das war's für heute. Was ist das? Das muss Willa's camp sein. Ich muss doch Fuß weiter. Ich hab was gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Verfluchte Bärenfalle immer wieder, ey. Ja. Ich hab's gesehen. Komme ich hier wieder hoch? Ja. 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 Ich hab's gesehen. Alles mal wieder auffüllen hier. Ich hab's gesehen. Dich und Busa zum Bleiben zu überreden. Und Teil der Familie zu werden. Ja. Viel Glück dabei. Ich hab's gesehen. Nicht so. Gibt's jetzt überhaupt keine Rapper mehr. Ich hab's gesehen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab dich nicht gesehen. Also. Moin, Herr Wohler. Boah. Willst du was kaufen? Hey, Bas. Okay, okay. Ich tank voll. Mach ich jetzt hier? Oder da? Vielleicht mit Mike. Ich bin hier, falls was ist. Ich bin für dich vorübergehend gesperrt. Oh. Wait, dann mach ich erstmal hier unten. Was ist denn die nördlichen hier oben? Alles? Hab ich ja eh eigentlich gerade nichts zu tun. Aber okay, mach ich erstmal hier die Aufgabe. Hey Ricky, was gibt's? Mitchell und ein paar andere waren nordwestlich von hier auf Beutejagd. Als Drifter sie angriffen. Sie folgten ihnen zu einem Camp nördlich vom Milakwa Lake. Okay, also Mitchell und seine Leute konnten nichts tun? Sie sind keine Drifter, Deke. Mitchell ist noch ein Kind. Ich weiß nicht mal, ob er schießen kann. Und was zum Teufel machen die dann da draußen? Hör zu, ich brauch dich dafür. Lost Lake braucht dich. Okay, okay. Ich kümmere mich drum. Danke, Deke. Gut, also wo da drüben? Ich hab gute Sachen heute. Hey, Bas. Nichts hier an zu regnen, ey. Tschüss. exercises exerc За Fünf złote. Ausat 650 Hier oben. ich dachte wer steht da auf dem bus und dann es sei hinter die statue ich bin an melakua lake und ja hier ist ein kein voller drifter ja ich schaffte aus dem ende kam der denn plötzlich her doch Dort also einfach ein Camp im Lost Lake Gebiet. Habt ihr nicht mehr genug Platz? Mörder und Diebe. Alle miteinander. Noch einer. Der letzte ist... Hier. Irgendwo. Das war's. Ah, jetzt sag ich Ricky, dass es erledigt ist. Ah, Ricky, erledigt. Das Drifter Camp nördlich von Melaqua Lake ist ausgelöst. Danke, Dick. Ich sag's Iron Mike und Skizzo. Ah, und sag Mitchell Bescheid, dass er jetzt wieder draußen spielen kann. Er ist noch jung, Dick. Naja, wenn er noch ein bisschen älter werden will, dann sollte er vielleicht lernen, wie man eine Waffe benutzt. Ja, da hast du recht. Ich werde mit ihm üben. Danke, Dick. So. Ich hab die andere Bärenfalle gesehen. Also, er月 bei mir ist ein. Ich hab die andere Bärenfalle gesehen. Ja, das ist. Ja, ich hab die andere Grade. Weil du die andere Weg in. Da bin ich. Ich hab die andere done. Ich habe die miniature mining. Da bin ich nicht gel tiers ponegen. Hier spricht Lost Lake. Kommen. Hey Mike, was gibt's? Ricky hat gesagt, dass du das Driftercamp ausgelöscht hast. Am Elacqua Lake. Ja, die werden uns keinen Ärger mehr machen. Hey Mike, der junge Mitchell, er sollte da definitiv nicht rausgehen, wenn er nicht selbst auf sich aufpassen kann. Ja, verdammt, ich hab's Gizzo gesagt. Ich kümmer mich drum. Danke, Dick. Iron Mike, Ende. Okay. Tim St. John, wie geht's dir? Buzz, wie ist das Camperleben? Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.